Der kleine Rabe und der rote Drachen Es war einmal ein kleiner Rabe, der nicht fliegen konnte. Er hatte Angst beim Fliegen, weil es immer so windig und hoch ist. Alle seine Freunde flogen den ganzen Tag. Sie hatten auch Spaß daran, nur der kleine Rabe nicht. Er malte lieber bunte Drachen, blaue Drachen, grüne Drachen, rote Drachen, ganz, ganz viele Drachen. Und all diese Drachen konnten fliegen. Eines Tages hörte der kleine Rabe eine Stimme. Hallo, kleiner Rabe! Der Rabe guckte sich um, aber sah niemanden. Da kam die Stimme noch einmal. Hallo, kleiner Rabe! Plötzlich sah der Rabe einen roten Drachen. Er lachte. Wer bist du denn? fragte er. Ich heiße Lami. Du hast mich gemalt. Hm, sagte der Rabe. Was möchtest du denn? Ich möchte mit dir fliegen, sagte der Drachen. Der kleine Rabe freute sich natürlich, dass er mit ihm fliegen wollte, hatte aber immer noch Angst und sagte, ich kann aber nicht fliegen. Komm, ich helfe dir, sagte Lami. Der kleine Rabe freute sich und rief Juhu! Beide stiegen auf einen Hügel. Lami war sehr froh über den Wind, aber der kleine Rabe nicht so. Lami sagte, du brauchst keine Angst zu haben. Der Wind hilft dir, schneller und besser zu fliegen. Und ich werde dir natürlich auch helfen. Das machte den Rabe so froh, so einen guten Freund zu haben. Das ist super toll! Pass auf! Du musst jetzt meine Schnur halten und ich zeige dir, wie man fliegt. Okay? Der kleine Rabe hielt die Schnur und schwupps war der Drachen schon weg. Das ging aber schnell, dachte der Rabe. Und so leicht. Ich möchte auch so fliegen, sagte er. Und plötzlich flog ihm die Schnur aus dem Schnabel und der Drachen flog und flog ganz weit weg. Hilfe! Hilfe! rief er. Der kleine Rabe wusste nicht, was er machen sollte. Es fielen ihm die Worte ein. Der Wind hilft dir. Das hatte nämlich der Drachen gesagt. Er öffnete seine Flügel und sprang gegen den Wind. Ach, das war so schwierig. Und, 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 und nochmal. Und nochmal. Und ja, er war in der Luft. Er hatte auch ein bisschen Angst, aber er flog. Das war super. Jetzt musste er den Drachen finden. Lami, wo bist du? rief er. Plötzlich sah er ihn. Er schlug mit den Flügeln schneller und schneller. Er griff mit seinem Schnabel nach der Schnur, aber er schaffte es nicht. Er probierte es noch einmal und, und versuchte es noch einmal. Und jetzt, yes, ja, er hatte ihn. Jetzt mussten sie nur noch nach unten. Vorsichtig versuchten sie zu landen. Ungeschafft! Sie waren wieder auf dem Boden. Beide lachten. Der kleine Rabe war sehr stolz auf sich und auch sehr glücklich. Er hatte keine Angst mehr und konnte fliegen. Beide fliegen ganz, ganz weit weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn man mehr für den Boden setzt, dann geht es nicht. Ich weiß nicht, aber nicht. Er hat es nicht. Was war's für mich, aber ich würde mich. Das war's für mich. Wir tun uns zu aquele den Bergen.